Österreichische Musiklandschaft, wie charakterisierst du unsere Szene, unser Land? Ja, momentan ein bisschen traurig. Also ich sage mal, in den 80er Jahren oder 90er Jahren hat man mit aller Gewalt die österreichische Musikszene zerstört. Da gab es Bands, Bands wie Alice in the Fields, die waren in vielen Ländern in den Charts, Unique 2, in Asien in den Charts und bei uns sind sie nicht gespielt worden. Das heißt, so bringt man diese Ex natürlich um. Es gibt zwar immer wieder ein sogenanntes Aufflackern, das aber vom ORF selber intern produziert wird und somit auch wieder so eine eigenartige Eigenbauküche ist. Wir haben jetzt der Conchita einen großartigen Song Contest Sieg zu verdanken und auch hier wurden Fehler gemacht, die kein anderes Land sich leisten kann. Ich denke, die Zweitplatzierten hatten damals schon das Album, war Album Charts Nummer 1, Single Charts Nummer 1, Conchita hatte eine Nummer gehabt, man hat ein halbes Jahr verstreichen lassen, dann macht man halt wieder eine. Also es ist ein bisschen das, wo halt nichts mehr, wenn man aus einer blühenden Wiese, wenn man die betoniert, dann dauert das sehr, sehr lange, bis es wieder eine blühende Wiese wird.